Ich spiele zum Glück. Was ist das? Juli Brand. Wenn wir das gewinnen, kriegt ihr auch den Grand Slam. Das ist ja cool. Okay, ein paar von euch, die Black Ops spielen, Black Ops 3 spielen, sind sicher so, du bekommst den Grand Slam erst jetzt? Ja, das stimmt. Weil, also ich bekomme es erst jetzt, weil ich schon lange nicht mehr... Back Ops 3 gespielt habe. Ja, ich habe gar nicht den Grand Slam. Ja, aber er muss doch 15 Mal gewinnen, glaube ich. Ja, es ist nicht der Grand Slam, sondern einfach normal. Ein Triple-Place? Nein, nicht Triple-Place. Ich kriege nur ein Triple-Place und entweder eine normale Waffe, eine Nachkampf-Waffe oder eine Nachkampf-Waffe. Das ist so, man wird in der Slam. Jetzt soll sie nicht verlieren. Die kann das nicht verlieren. Die kann das nicht verlieren. WTF? Die kann das nicht verlieren sehen. Ja, ja. Die kann das nicht verlieren sehen. Die kämpfen da hinten. Die kann nicht, die kann nicht. Die kann nicht. Die kämpfen. Wie? Wie bist du durchgelaufen? Wie? Hast du ja gesprungen. Alter! Ey, okay, wir haben verloren. Was? Wus? Rasselberg habe ich bekommen, cool. Das sind wie denn Scheisse-Leute. Die sind so Scheisse und Lecker. Aber ... Passt auf Fantasy. Was dein Auto verworst? Dein Kollege. Wobei ... Ich hab's jetzt ... ... und ich war's am Wasser sobre. was kollege was machst du da kollega wo ist dein kollega wo ist unser was mein gott ich bin so blind ok ok jemand ist da und stört also als ob ok gleich dann vielleicht wie gelabert also gleich dann gleich Mann, wir sind gleich stand. Jetzt haben wir gewonnen. Ich denke, einer will irgendwie Dark Metal machen. Weil er spielt mit dem Raketenwerfer. Wer spielt das mit dem Raketenwerfer? Wir sind Raketenwerfer und Punkttreiben. Komm, Nina, wir schaffen das immer noch. Okay, warum, 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 warum probier ich? Okay, genau, genau, bitte. Alter, so ein Arschloch, der liegt nur am Boden. Ich kenne es einfach. So Arschloch, der gibt es doch nicht, Alter. Der gibt es nicht. Oh! Alter, komm mal zu mir. Ich kenne es. Oh, shit. Er kam durch uns. Ah, ich habe ihn so getrolt, dann habe ich ihn gebrochen. Dann habe ich ihn gebrochen. Oh, so dum. Hey, hallo. Wo kam der jetzt? Wir gewinnen jetzt wieder. Let's go. Oh mein Gott, noch ein und noch. Wo kam der jetzt? Wir gewinnen jetzt wieder. Let's go. Ey. Oh mein Gott, noch ein und noch. Wuhu. Nein, drinnen. Oh. Oh, oh. okay was soll das ja ich würde gerne Ich werde sie richtig gerne bekommen, dass ich nur mit dir spielen werde. Ich werde sie sogar Gold geholt. Ich habe sie gewonnen. Oh mein Gott, was für ein Kiel. Oh mein Gott. Ich habe gewonnen. Was für ein Kiel das am Schluss war. Oh mein Gott. Ich habe den Grand Slam, ich glaube. Aber es hat nicht gestanden. Schau mal, ich war so schlecht. Oh mein Gott, ich war so schlecht. Ich bin weniger als du geschoben, aber du hast mehr Kiel als mich. Nino, du bist so schlecht. Du bist schlecht. Ich bin dreimal aufeinander als zweiter geworden und du bist schlecht. Oh mein Gott, ich bin einfach so nervös wegen Grand Slam. Let's go. Oh, ich habe es. Du willst, du willst, du bist. Du bist am Filmen, oder? Ja. Haha. Oh mein Gott. Ich hätte es fast ausgemacht. Ich schwöre am Anfang, waren wir auch so schlecht. Ich hätte, ich habe es fast am Schluss ausgemacht. ausgemacht hat es gestanden ich gehe schon raus ok oh mein gott ich bin rausgegangen ich mache ich mache jetzt die 20 dinge auf 20 ok ok immer noch nichts ok nein ich hab glaub acht aufgemacht ich habe die hohe rennen wieder ich habe so gesehen ist so immer aus und aus wieder an als wieder anlachen ist einfach auf der reine wieder geblieben oh mein gott über das haben wir auch vor geredet gell oh chrome oh mein gott sieht cool aus ich bekomme noch drei mehr oder vielleicht bekomme ich noch in diese letzte dinge ok noch die noch vier oh mein gott noch zwei ok oh mein gott noch der letzte ok der letzte hoff das 15 crypto keys also ok 3 2 1 los nein 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 ich glaube nichts nein nein jetzt die letzten zwei ich mache den camel ich mache den camel oh ok grün grün ich hab's grün und jetzt macht die waffe oh mein gott oh mein gott oh mein gott 3 2 1 oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ok scheiße ok scheiße ok scheiße 22 nahkampfwaffen eines boss cut butterfly knife und nx shadow claw die die zwei nahkampfwaffen sie scheiße die basket ist richtig geil das ist ihm in wien ich will es schaffen hier bruder den gold also mach schon ein paar supply drops auf oh mein gott wie viel waren das 55 und das 5 ich will ja ich mache jetzt noch nein ich mache ich bin es keinem nahkampfwaffen achten vor skype cliché ok was jetzt noch kleine klassen hoho en ex arrow climb oh mein gott ha classical nahkampfwaffen Ok. Ach nie. Ach nie. Ach nie. Was passiert? Ach nie oder? Ach einfach ach nie. Oh wow. Wow. Einfach wow. Komm mal. Warte schön. Ich muss meine Klasse machen. Ich habe noch fire breaking. Oh ja, bedankt. Wow. Ok tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.